Bala Nathasana, die Stellung von Bala Natha. Ananta zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz, also Stellung mit gestreckten Beinen im Sitzen. Von hier ausgehend überkreuze die Beine miteinander. Gib also ein Bein über das andere. Dann gibt die Hände zwischen die Oberschenkel und Sitze gerade. Dies ist die Stellung von Bala Natha. Bala Natha war einer der 84 Nath-Siddhas, also 84 Hatha-Yoga-Meister bzw. Tantra-Meister der Natha-Tradition. Bala heißt übrigens Kind, Natha heißt Meister. Eventuell ist Bala Natha schon als Kind zum großen Meister geworden. Diese Stellung ist eine Stellung von Ruhen und Ausdauer, ist eine Stellung, die auch helfen kann, die Energie des Svadishtana-Chakras nach innen zu kehren und die helfen kann, das Prana von Muladhara und Svadishtana in diese Shumna zu bringen. Wenn du dann auch noch zum Punkt zwischen den Augenbrauen schaust, kommt die Energie ganz nach oben. Diese Stellung wird auch bezeichnet als Nagarjunasana. Alle Informationen über Asanas, Pranayama und andere Yoga-Techniken im großen Yoga-Wiki, wiki.yoga-vidya.de Dein